Föhniskontakt gehört zu den Weltmarktführern im Bereich der Elektrotechnik und industriellen Automatisierungstechnik. Wir setzen nachhaltig auf Innovationskraft. Föhniskontakt hat heute rund 14.000 Mitarbeiter weltweit und wir haben im letzten Jahr weltweit einen Umsatz von 1,75 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wir sind mit unseren Produkten eigentlich in allen Bereichen der Industrie und Infrastruktur vertreten. Man sieht sie nur häufig nicht, weil sie wirken unter dem Blech und sorgen dafür, dass Maschinen und Anlagen laufen. Im Bereich der Digitalisierung der Industrie, der sogenannten Industrie 4.0, sind wir sehr aktiv. Wir sehen uns da wirklich an führender Stelle in Deutschland. Für uns ist der Standort Nordrhein-Westfalen natürlich ein wichtiger Standort, ein sehr guter Standort Nordrhein-Westfalen. Es hat hervorragende Vorteile in Bezug auf die hohe Forschungslandschaft, die wir hier haben, die Kombination von Forschung und Lehre und intensiver Industrie, gewachsener Industrie in Nordrhein-Westfalen. Wir sind Mitglied des Spitzenclusters Intelligente Technische Systeme Ostwestfalen-Lippe. Der einzige Cluster, der sich wirklich mit Produktionstechnik beschäftigt und als der Umsetzungcluster für Industrie 4.0 Anwendungen gilt. Es geht darum, eben intelligente technische Systeme zu entwickeln, die ein Teil der smarten Fabriken der Zukunft sind. Wir sind sicher, Unternehmen können in Zukunft nur bestehen, wenn sie sich den Herausforderungen der Digitalisierung, der digitalen Transformation unserer Gesellschaft, aber auch unserer Industrie stellen.